Mission Hammond retten. Die Mission könnte ein bisschen fordernder sein. Also, Ranger-Rettung. Im Park wurde der Notfallmodus aktiviert und Hammond sitzt in einem Schutzraum fest. Wir brauchen ihre Hilfe, um ihn zu retten. Also schnappen Sie sich... Schnappen Sie Ihr Gewehr und legen Sie los. Ich will hier keinen Scheiß erzählen. Ah, das war das, wo man mit dem Auto rumfährt, ne? Und dadurch die Sau irgendwie killt. Der Chef sitzt in einem Besucherschutzraum fest und der Hubschrauber ist ausgefallen. Sie müssen ihn mit dem Geländewagen retten. Also, im Park wurde der Notfallmodus aktiviert und John Hammond sitzt in einem Schutzraum fest, vor dem ein hungrierer T-Rex lauert. Cool. Schnappen Sie Ihr Gewehr und retten Sie ihn. Ich versuche es. Das Gewehr holen. Sie müssen zu der auf dem Radar angezeigten Ranger-Station fahren und das Jagdgewehr holen. Wo soll das denn sein? Kann ich auf die Map gucken? Auf die Map gucken? Okay, ich bin da. Wo muss ich denn hin? Da hinten oder was? Also, da durch, da durch. Oh, ich versuch's einfach mal. Das kann... Bäh! Bin ich besoffen? Kann sein, dass ich jetzt ohne Ende scheitere. Ich sehe hier auch nichts. Sorry. Sorry. Ich habe nur ein paar Minuten Zeit. Kann ich da durch? Ja, ne? Ach, da lauten Spinos aus davor. Das ist ja perfekt. Dann muss ich mich wohl schmuten. Mach das hier mal ganz schnell und flink. Der fährt doch gar nicht mehr. Ist doch wach. Da ist das Gewehr. Da ist das Gewehr. Gute Arbeit. Sie haben das Gewehr. Fahren Sie jetzt zu dem auf dem Radar angezeigten Schutzraum und retten Sie Mr. Hammond. Oh, war das klug? So, mittel. So, ich habe noch vier Minuten Zeit. Wie fahre ich da am geilsten? Äh. Quer durch und dann davor. Okay, alles klar. Moment, fahre ich richtig? Ja. Ich muss hier raus. Alles so verwirrend. Komm ich da rüber? Hä? Wo will ich denn hin? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Das war falsch. Glaube ich. Hä? Wie komme ich da denn hin? Achso, einfach geradeaus. Scheiße. Da ist ein T-Rex. Yes. Ah, noch einer. Alter. 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 Wieso kann er so viel ab? Das war es doch jetzt, oder? Hier ist kein T-Rex mehr. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Verschwinden wir, bevor wir noch beide angegriffen werden. Ja, Hammond in Sicherheit bringen fahren. Sie Hammond auf dem Radar angezeichneten Parkeingang. Das kann jetzt... Uah, noch einer. Daneben. Muss ich den killen? Muss ich gar nicht, oder? Ich fahre jetzt einfach mal los. Joink. Tschüss. Ich dachte... Ich hoffe doch. Gut, das war ein bisschen schwieriger, aber... Erledigt. rig Mit... Ich...